So, willkommen zum nächsten Vlog und im heutigen Vlog zeige ich euch einfach mal unsere Anlage hier mitten im Busch, mitten im Krügerpark. Und ich mache einfach jetzt mal einen Rundgang, nachdem wir den ersten Tag oder am ersten Tag wirklich alles mitgenommen haben, was wir konnten. Flugverspätung, Koffer weg, der mittlerweile aber wieder da ist und dann noch wirklich richtig, richtig heftigen Regen, ging der zweite Tag ganz, ganz anders los. Um 5 Uhr hat der Wecker geklingelt, dann kurz und schnell fertig machen und ich muss sagen, überragend morgens um 5 Uhr hier raus zu gehen. Dann fantastische Lichtverhältnisse und um 20 nach 5 sind wir dann zuerst in Safari gestartet, die phänomenal war. Ich werde einiges davon hier mit in den Vlog schneiden, vielleicht auch noch ein extra Video dazu machen. Und ja, jetzt sind wir zurück, sind hier am Pool im Moment und jetzt führe ich euch mal kurz durch die Anlage. Haben ja einige gepostet, dass sie das mal sehen möchten und ja, dem entspreche ich jetzt und führe euch mal durch die Anlage. Im Hintergrund seht ihr jetzt die Poolanlage, also nochmal, wir sind hier mitten, wirklich mitten im Krüger Park irgendwo. Ich glaube, so eine Stunde rundherum ist gar nichts, außer eine weitere Lodge, aber sonst haben wir hier noch nichts gesehen, außer Tiere. Deswegen sind wir ja hier. Also hier der Pool, dann kommen wir hier oder ich laufe gerade durch die, ja durch eine Sitzecke hier und im Hintergrund seht ihr dann die Rezeption und die Anlage beziehungsweise die Lodge hier ist wirklich fantastisch in die Landschaft eingebettet. Und ja, gehen wir mal ein Stück weiter, dann kommen wir hier zur Bar. Ich versuche das mit dem Licht hier einigermaßen hinzubekommen. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt die Bar. Wirklich sitzt du abends mit freiem Blick in die Pampa und ja, unten siehst du auch noch Tiere dann rumlaufen. Die übernachten teilweise auch hier im Park. Wir haben uns gestern Abend sagen lassen, weil hier hinter der Bahn Kudu lag, dass die die Nähe der Menschen Nacht suchen. Ja, weil da ist es sicher vor Löwen und Leoparden und so weiter. Also die Bar im Hintergrund. Dann seht ihr jetzt hinter mir den Speisesaal. Alles offen hier. Und das war halt gestern Abend auch das Problem bei dem richtig, richtig heftigen Regen. Also fünf Minuten bevor das Abendessen starten sollte, fing es so heftig an zu regnen, dass die hier alles wirklich blitzschnell wegräumen mussten, sonst wäre es weggeschwommen. Gut, dann gehen wir mal hier weiter ins offene Wohnzimmer, was, wie ich finde, gigantisch ist. Hier sieht man das im Hintergrund. Hier die Couch. Dann auf der anderen Seite noch eine Couch, ein Bücherregal. Und das Ganze, wenn ich mich dann auf die Couch lege, mit diesem offenen Blick hier, wirklich direkt in den Busch. Und hier kannst du dann mit dem Fotoapparat liegen oder mit dem Fernglas liegen und wirklich alles beobachten. Ich switche mal kurz die Kamera. Ne, mache ich nicht, weil gerade das Licht passt. Also wirklich fantastisch hier. Ich muss mich selber loben, beziehungsweise das Reisebüro, in dem Falle um Folana, loben, was sie uns hier zusammengestellt haben, beziehungsweise uns rausgesucht haben. Ja, das ist jetzt wirklich so, wie ihr es jetzt hinter mir seht, der Blick aus dem Wohnzimmer, was ihr gerade gesehen habt. Und vielleicht auch noch mal ins Wohnzimmer rein hier. Wirklich alles toll offen. So, und da hinten im Hintergrund, über meine Schulter jetzt oder neben meine Schulter, jetzt über meine Schulter, seht ihr die Zelte, wo wir drin wohnen hier. Wir sind wirklich sehr weit auseinander, sehr weitläufig hier. Und wir gehen auch jetzt mal zu unserem Zelt runter. Zelt ist vielleicht etwas übertrieben. Es ist im Zeltstil gebaut. So, jetzt würde ich fast noch auf die Schnauze gefallen. Im Zeltstil gebaut. Aber es sind schon eher Zimmer, würde ich sagen. So, gehen wir mal runter. Da ist jetzt ein klein bisschen weiter. So, ihr seht da unten im Hintergrund die Dächer. Da ist unser Zimmer, unser Zelt, wie auch immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch einen lieben, lieben Gruß an den Afrika-Spezialisten, Hans-Jürgen Röttger. Ist wirklich absolut toll hier. Auch Alisa ist absolut begeistert. Wir haben heute Morgen, oder gestern Abend schon, einen gigantisch guten Game Drive gehabt. Heute Morgen ebenso wieder. Wir haben schon drei der Big Five gesehen. Gestern Nashörner. Heute Morgen als allererstes eine Giraffe und ein Elefant, der wirklich nur 1,50 Meter von uns entfernt war. So, hier im Background jetzt nochmal der Speisesaal. Ihr seht hier vorne ist unser Tisch. Da in der Mitte, da ist unser Tisch. Da sitzen wir beim Frühstück, Mittag und Abendessen. So, und dann geht es jetzt hier mal runter. Jetzt werdet ihr merken, es ist relativ weit. Und ich muss hier, liebe Leute, leider ganz kurz die Sonnenbrille anziehen. Weil sonst ist es wirklich bei den Lichtverhältnissen kaum für die Augen, oder kann nicht gut sein für die Augen. Hier seht ihr hier im Hintergrund den Grillplatz. Es gibt heute oder morgen Abend hier ein Grillbuffet. Die Lodge hat allerdings, sage ich direkt dabei, nur acht Zimmer. Heißt also maximal 16 Gäste hier. Momentan sind es 14 und davon reißt die Hälfte morgen früh, glaube ich, wieder ab. Wir bleiben bis Mittwoch. Und ich vermute mal, dass deswegen, weil so viele Gäste hier sind, das Ganze wirklich heute Abend stattfindet mit dem Grillbuffet. So, und ihr merkt, es sind einige Stufen zu laufen. Ich drehe nochmal ein bisschen um, hoffe, da ist jetzt vom Licht alles okay. Ich werde den Vlog so online stellen und nicht schneiden. Da seht ihr die Zelte. Und jetzt gehen wir mal, hier im Hintergrund unten seht ihr jetzt unseres und da gehen wir jetzt runter. So, ich könnte natürlich hier erzählen, erzählen, erzählen. Aber ich muss auch ein klein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht auf die Schnauze falle. Sonst habt ihr natürlich im Vlog schön was zu lachen. Das will ich aber in dem Fall vermeiden. Denn das sind hier schon, ja, im Dunkeln ist es ganz gravierend. Kommt auch jeden Abend einer mit, der uns den Weg hier leuchtet. Ja, und jetzt sind wir auch gleich da. Hier seht ihr unser Zelt. Das kleinere ist das Badezimmer, das größere unser Zimmer quasi, wo wir schlafen. Und, ja, ist alles offen. Deswegen brauche ich auch nicht, dachte gerade, ja, jetzt hast du den Schlüssel vergessen. Den hat Alisa, die liegt oben am Pool. Aber, ja, es ist ja eh alles so weit offen. Von daher brauche ich ja gar keinen Schlüssel. Also, jetzt sind wir auf der Veranda. Und jetzt gehen wir um die Ecke. Da haben wir zuerst mal hier im Hintergrund das Bad. Ihr seht, alles offen. Kann man hoffentlich gut sehen. Badewanne hier unten. Ja, sollte man natürlich auch aufpassen, wenn man auf der Toilette sitzt, dass hier nicht die Leute rumlaufen. So, da ist unsere Terrasse. Da haben wir noch eine Sonnenliege. Und haben dann auch hier einen gigantischen Ausblick in den Krügerpark, in den Teil Simbavati. Das könnt ihr jetzt hier sehen. So wäre ungefähr der Blick von der Sonnenliege. Fernklasse dabei. Aber, ich muss jetzt sagen, wo ich hier stehe, ist es kaum auszuhalten in der Mittagshitze hier. Deswegen ist es am Pool einfach angenehmer. So, hinter mir, jetzt hinter mir die Freidusche. Eine andere gibt es hier nicht, außer die Badewanne. Wie gesagt, die seht ihr da hinten. Nochmal, jetzt natürlich alles aus dem Blickwinkel hinter mir. Aber ich denke, es ist persönlicher, wenn ich wirklich hier im Bild bin, als einfach nur rumzulaufen und zu labern. So, hier haben wir dann den Eingang zu unserem Zimmer, zu unserem Zelt, wie auch immer. Da habe ich aber jetzt, wie gesagt, den Schlüssel leider oben liegen lassen. Ja, und auf der Seite ebenso, Ausblick gigantisch hier, kann man definitiv nicht anders sagen. Die Lichtverhältnisse sind mega toll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle auch danke Affiliate Marketing, danke Online Marketing, dass ich das hier erleben darf. Und ihr seht es ja jetzt von hier, ich kann hier vloggen. Ich habe oben mein MacBook stehen, kann ins Internet und das mitten in der Pampa hier. Wir sind wirklich hierhin vom Flughafen anderthalb Stunden gefahren und da kam kaum mal ein Haus oder sonst irgendwas. Auch bei den Safaris ist es so. Es wird ja immer berichtet, dass der Krügerpark total überlaufen ist. Kann ich definitiv nicht sagen. Ich muss zwar dabei sagen, dass wir uns hier ein Privatschip leisten. Also nur für Alisa und mich, ein extra Spurensucher und ein Guide. Und die fahren natürlich auch Wege, die man sonst nicht fahren kann, wo wir auch keine Selbstfahrer oder so antreffen. Und deswegen kann ich also auch in keinster Weise sagen, dass der Krügerpark überlaufen wäre oder sonstiges. Wir sind jetzt ungefähr sechs Stunden oder sechs Stunden Game Drive haben wir hinter uns, also sechs Stunden Safari haben wir hinter uns und haben im gesamten vier Jeeps getroffen. Das war's. Und du bist hier mitten in der Pampase, aber WLAN, das ist richtig genial. Kein Telefonnetz, aber WLAN. Oder sagen wir mal so, Telefonnetz ist sehr schlecht hier. Oben an der Lobby gibt es Telefonnetz fürs Handy, aber ansonsten findest du hier kaum etwas mit Telefonnetz. Brauche ich natürlich nicht, nur ich bin immer wieder erstaunt, dass es auch hier einwandfreies WLAN zum Beispiel gibt. So, jetzt habe ich euch das soweit gezeigt. Unsere Anlage hier, ich denke, ihr habt einen Eindruck davon bekommen. Und ich werde natürlich noch weiter hier aus Südafrika vloggen, gar keine Frage. Und für diesen Vlog möchte ich mich aber dann bei euch verabschieden. Wem dieser Vlog gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Liked das Video, abonniert meinen YouTube-Kanal, shared das Video, schreibt einen Kommentar unten drunter, was ihr vielleicht noch sehen wollt. Ich versuche es möglich zu machen. Ist nicht alles möglich, aber schreibt mir das einfach in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog. Ciao, euer Ralf.